Wie müsste denn ein Mann sein, dass Sie sagen, ja doch, da doch nochmal, jetzt... Das ist das Problem, das werde ich sehr oft gefragt. Also ganz ehrlich, ich habe einen Hang zu, wie soll ich sagen, also ich kann mit dem normalen Volke, mit einem normalen arbeitenden Mann nichts mehr anfangen. Ich hätte gern jemand aus der Politik. Bleibt du seitens mit Traum? So ein Zufall. Ich habe so einen Hang in dieser Richtung. Ich mag Männer im Anzug, ich mag Männer mit Krawatte, ich mag seriöse Männer und naja, was soll ich dazu sagen?